Meine Macht ist erwacht! Hey! Erzähl uns doch nochmal, wie du diesen Waldläufer getötet hast! Halt endlich die Klappe! Den Spaß gönne ich dir nicht, wenn du ihn getötet hast! Wie hat er dann erst durch seinen Haufen? Ich danke dir! Unglaublich, dass sie uns für ein paar kaputte Werkzeuge töten würden! Die anderen sind nicht entkommen! Bitte hilf uns! Danke, hast Dank! Bitte rette meine Freunde be- Wir sind frei! Habe ich da gerade etwas gehört? Der Klappe läuft davon! Gah! Gah! Das wird eine erfolgreiche Jagd! Ich habe mir schon einen Preis ausgesucht! Hoffentlich schlägst du dich besser als beim letzten Mal, wenn du dieses Fass Grog wirklich haben willst! Euren Lorn könnt ihr vergessen! Ich bin stärker als ihr beiden Maden zusammen! Das spielt keine Rolle! Der Hauptmann sagt, wir kriegen nur Grog, wenn wir den Grabwandler töten! Du bist mein! Du bist mein! Du bist mein! Ich würde nichts sagen! Du bist dein Geist! Du bist mein Geist! Und einfach es schlafen! Du bist mein Geist! Und einfach esiond! Du bist mein Geist! Baiss du bist! Dich! Du bist mein Geist! Wir müssen dich schon mit einem Geist! Verge Anh! Verge Anh! Du bist dein Geist! Untertitelung des ZDF, 2020 Ich töte dich! 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 Ich töte dich!